Hallo und willkommen zu den ersten 30 Minuten von Graveyard Keeper. So, dann wollen wir mal direkt anfangen. Spiele, neue Spiel und es lädt. Das ist ja fantastisch. Muss ich das jetzt noch skippen? Ach, das war schnell genug. Es ist ein ganz normaler Tag. Unser Held ist auf dem Weg nach Hause, wo jemand ganz Besonderes auf ihn wartet. Sogar im tristen Alltag gibt es einen Platz für die Liebe. Vor allem wenn du jemanden hast, der dich vermisst. Oh, die hat mein Herz. Das ist ja nett. Oh, das hört sich nicht gut an. Was passiert? Ah, frage ich ja tatsächlich. Was ist passiert? Wo sind alle? Beruhige dich. Du hast eine neue Seite in deinem Leben aufgeschlagen. Oh je. Vielleicht gefällt mir die Seite nicht. Ein neues Kapitel wartet auf dich. Ich muss nach Hause. Wie komme ich nach Hause? Es gibt immer einen Weg zurück nach Hause. Hm, mal sehen. Dein neues Zuhause ist ein Friedhof. Bin ich etwa tot? Gut. Du bist jetzt ein Friedhofswerter. Ich muss nach Hause zu meiner Frau. Dann musst du ein guter Friedhofswerter sein. Grab Gary aus. Er wird dir helfen, dich hier einzuleben. Wer? Was für eine merkwürdige Vision. Was ist das für ein Alptraum? Okay, dann sollte ich wohl Gary suchen. Ja, das klingt nach einer sinnvollen Aufgabe. Kiste. Oh, da ist gar nichts drin. Was soll das? Ich bin doch so lootgeil. Ich könnte was kochen. Ich habe aber weder rote Äpfel noch Bieren. Habe ich überhaupt irgendwas? Nix mit in den Tod mitgenommen. Selbst die Luke nach unten ist geschlossen und was haben wir hier? Sieht aus wie eine gute Stelle, um mein Zuhause etwas gemütlicher zu machen. Dann höre ich vielleicht endlich auf, von diesem Schädel zu träumen. Von was für einem Schädel denn? Keine Ahnung. Verlassen. Oh, der Artstyle hier draußen ist mal was anderes. Ich mag Pixel-Style eigentlich sehr gern. Mit dem hier muss ich mich noch ein bisschen anfreunden. Kommt nicht so wirklich an Stardew Valley ran. Also bei Weitem nicht. Ja, Questmarker nach oben. Was haben wir hier? Platz für Steine. Das ist ja fantastisch. Platz für Holzscheite. Okay, das mag ich wiederum. Okay, ich würde trotzdem sagen, der Artstyle ist auf den ersten Blick für mich bisschen gewöhnungsbedürftig. Obwohl, wie gesagt, ich mag eigentlich Pixel-Style sehr, sehr gerne. F. Wenn wir drücken. Ne, ich kann es auch halten. Wunderbar. Heiliger Saat, ich bin ein Schädel. Bist du Gary? Hm, warum sollte ich Gary sein? Ein Mann mit einem roten Auge hat mir gesagt, dass ich Gary ausgraben soll. Ein rotes Auge? Ich erinnere mich. Oh, Saat, das stimmt. Ich bin Gary. Wie hast du mich gefunden? Der Mann hat mir gesagt, dass du alle meine Fragen beantworten würdest. Gut, gut, aber lass mich dich zuerst fragen. Wer bist du und wo zum Saat sind wir hier? Oh, da bin ich sprachlos. Das muss ein Traum sein. Das ist einfach nicht wahr. Hm, du bist der neue Friedhofswärter. Woran erinnere ich mich? Äh, mal sehen. Ich erinnere mich an dieses Geräusch. Schauen wir mal nach. Alles ist so merkwürdig. Nichts von all dem hier ergibt Sinn. Ich erinnere mich an dieses Läuten. Und einen Esel. Irgendwas ist nicht in Ordnung mit diesem Tier. Hm, es könnte gefährlich sein. Ach was, das ist ein Esel. Und der sieht so süß aus mit seinem Spann. Hallo Esel. Esel der Welt, vereinigt euch. Eine Blaupause. Wieso ist das eine Technologie? Ist egal. Hammer freigeschaltet. Habt eine frische Leiche aus der Stadt. Wow, entsprechender Esel. Da ist er sprachlos. Und ich auch. Du, du kannst mich verstehen? Unterhalten wir uns. Wer bist du? Ich bin eine billige Arbeitskraft. Dieser Wagen gehört nicht mir. Also muss ich für das Kapitalistenschwein arbeiten, dem er gehört. Und ich verdiene nur fünf Karotten am Tag. Das ist nicht sehr viel. Dafür würde ich nicht aufstehen. Diese Situation ist zutiefst beschämend. Du weißt, woher ich komme? Nicht wahr? Genosse? Uh, einer von denen. Der Bastard tut so, als würde er nicht verstehen, was ich sage. Jedenfalls muss sie zurück zur Stadt. Werde diese Leiche los und bring dir eine neue. Was ist das nur für ein seltsames Land? Das ist eine gute Frage. Oh, eine Leiche extra für uns. Und das ist unsere erste. Ist das nicht schön? Hey, worauf wartest du noch? Schnapp dir die saftige Leiche, solange sie noch frisch ist. Nein, die verliert ja tatsächlich HP. Äh, ja, wozu? Ich glaube, wir sollten sie in die Leichenhalle bringen. Ich weiß auch nicht mehr, warum. Ich bin mir sicher, das macht Spaß. Und es könnte profitabel sein. Oh, ich glaube, mir wird schlecht. Los geht's. Äh, Tutorial. Große Gegenstände benutze eh. Oh, das ist. Leg die Leiche auf den Seziertisch. Und dann? Hm, was kommt dann? Ich habe auch keine Ahnung. Ach ja, schneide Fleisch vom Körper. Das fängt ja gut an. Was? Auf keinen Fall. Das ist nicht richtig. Genau das ist nicht richtig. Wie konnte ich das nur vergessen? Vielleicht, weil ich ein plappernder Schädel mit Gedächtnisschwund bin? Im Gehirn hast du zumindest nicht mehr. Ist es richtig, dass du nicht weißt, wo du bist? Ist es richtig, dass ich ein Schädel bin? Irgendwie ist hier gar nichts richtig. Also halt den Saat und mach, was ich dir sage. Versprichst du mir, dass du mir sagst, wie ich nach Hause komme? Du musst nur in der Dorftaverne das Fleisch gegen ein Bier eintauschen. Plappertende Schädel lügen nie. Und mir dann das Bier bringen. Äh, das klingt, als ob er lügt. Erste Scheibe. Na gut, dann wollen wir uns von der Leiche mal eine Scheibe abschneiden. Autopsy. Äh, Fleisch. Fleisch entfernen. Ja, auf jeden Fall. Und arbeiten. Oh, ich bin so gut da drin. Wo stecke ich mir das jetzt hin? Du hast eine neue Technologie freigeschaltet. Herstellen Burger, Sandwich und gebratenes Fleisch. Wirk. Ja, das ist ja widerlich. Da schließe ich mich an. Du gewöhnst dich schon dran. Also, was soll ich mit der Leiche machen? Keine Ahnung. Wir graben mir sie einfach. Nimm du die Leiche. Ich warte auf dem Friedhof auf dich. Ja klar. Darf ich hier wieder alles tragen? Können wir irgendwie mit Zeug interagieren? Leichenhallentisch defekt. Dafür brauchen wir Balken und einfache Eisenstücke. Das kriegt man irgendwie auch noch gebacken. Aber nicht jetzt. Leiche nehmen. Mensch, im Tod auch noch schuften. Ich glaub's ja nicht. Ich will doch nur zurück nach Hause. So. Ja. Und dann wahrscheinlich irgendwo reinschmeißen in irgendein Loch. Bringen wir sie unter die Erde. Benutze den Planungstisch auf dem Friedhof. Markiere eine Grabstätte und dann... Aha. Ja. Aha. Dann muss man bestimmt nicht alles lesen. Planungstisch. Ey. Grabstätte. Ja. Hier ist doch ein Platz unter der anderen. Hat der Kollege bisschen Gesellschaft. So. Das muss ich natürlich erst ausheben. Ui. Das geht auf den Ischiasnerv. Ganz hinten am Arsch. Und bestatten. Ja. Das sieht doch gut aus. Und wieder drüberhäufeln. Ich hab gewusst. Wir brauchen das Tutorial nicht. Gut gemacht. Hm. Diese Bestattungsurkunde. Ich erinnere mich an Geld. Alkohol. Alkohol. Hm. Ich glaub den mochte ich früher sehr. Oh. Sart. Da kommt der Bischof. Das ist dein Boss. Was? Ich hab noch nen Boss? Nein. Was willst du denn? Oh. Oh. Ich weiß. Frag ihn nach der Bestattungsurkunde. Er sollte wissen, was man damit anstellt. Ich hau jetzt besser ab. Ich bin in der Leichenhalle und warte auf mein Bier. Na gut. Oh. Oh. Ich bin so müde. Warum? Warum muss ich nur jede Woche hier hinkommen? Ich weiß es doch auch nicht. Ich weiß nicht mal, warum ich hier bin. Ach herrje. Der neue Friedhofschwerte. Hm. Wir warten nun schon seit 30 Jahren auf ihn. Er tut so, als sei alles in Ordnung. Wär's er? Der Mann mit dem roten Auge. Willst du mir nicht was sagen? Ich sag es dir nur ungern. Ah. Dein Friedhof ist ein Saustall. Äh. Gut, dass du das ungern sagst. Dann setzt es was. Ich werde dich auf keinen Fall zum Geistlichen befördern, wenn du ihn nicht in Ordnung bringst. Will ich das überhaupt werden? Äh. Repariere Gräber, um die Qualität des Friedhofs zu erhöhen. Dafür brauchst du vermutlich spezielle Ressourcen. Holzmarkierung haben wir freigeschaltet. Wenn die Qualität deines Friedhofs mindestens 5 Totenköpfe erreicht, hast du dir die Beförderung redlich verdient. Du siehst mir aus wie ein geistiger Führer. Und ich bin ein guter Menschenkenner. Haha. Ich bin in allem gut. Deswegen wurde ich auch erwählt, seinen Willen zu repräsentieren. Haha. Dein Vorgänger hat sein Zeug irgendwo hier in einer Truhe aufbewahrt. Die solltest du dir mal anschauen. Ich komme nächste Woche wieder. Um genau zu sein, komme ich jeden Schild. Vielleicht träume ich doch nicht. Habe ich etwas Falsches gegessen? Oh. Er wartet? Was soll ich nur sagen? Warum kommen sie hier hin? Das ist meine Pflicht. Der unangenehme Teil. Eine alte Tradition. Ich weiß nicht viel über Traditionen und Rituale. Ich bin nur hier, um seine Macht und seinen Ruhm zu repräsentieren. Haha. Ich habe eine kleine Frage. Was ist diese Bestattungsurkunde? Sobald du eine Leiche begraben hast, kannst du dazugehörige Bestattungsurkunde in der Dorftaverne gegen Geld eintauschen. Oh. Äh. Gesprächswahl. Ich bin nicht der Friedhofswärter. Ich war auf dem Weg nach Hause. Ich muss zurück nach Hause. Da ist ein sprechender Schädel. Er hat mich gezwungen, eine Leiche zu filetieren. Haha. Ein guter Scherz. Ich bin übrigens auch Komiker. Hier. Kennst du den? Wer ist Gas? Wer? Na, ich. Haha. Ach. Das war ja ein Schinkelklopfer. Gesegnet und schön. Äh. Lachen wir mal. Immer gut, sich einzuschleimen. Äh. Wie kann ich den Friedhof in Ordnung bringen? Reparier einfach alle Gräber. Ich bräuchte dafür nicht mal eine Stunde. Aber das ist ja dein Job. Ach. Ich mag den nicht. Okay. Gespräch beenden. Wenn die Reparatursets beim Reparieren des Friedhofs ausgehen, kannst du dir jederzeit neue anfertigen. Äh. Ja. Das findet man schon raus. Steinvorrat. Wunderbar. Holzstapel. Den haben wir schon gesehen. Und das ist ein Technologiebaum. Äh. Hätte ich vielleicht lesen sollen. Egal. Wir kommen dazu. Und wir haben Werkzeug. Äh. Neh mal alles mit. Alles mitnehmen. Stacken. Ja. Alles. Gut. Und das repariere ich einfach mit der Schaufel. Das sieht ja gut aus. Ui. Ne. Da grab ich da was aus. Ach. Ich kann es zumindest sauber machen. Anscheinend habe ich eine Energieleiste. Ähnlich wie ein Stardew Valley. Das fette Blaue hier. Das sinkt zumindest. Vielleicht ist das auch die Hässlichkeit des Friedhofs, die sinkt. Ich habe keine Ahnung. Äh. Exhumieren. Muss nicht sein. Wie kann ich das denn schöner machen? Wie kann ich die Gräber hier denn schöner machen? Keine Ahnung. Mach mal erstmal das, was wir können. So. Holz brauchen wir auf jeden Fall auch. Ich denke generell, so ein Friedhof wäre viel besser ohne Leichen. Nur meine Meinung. So. Wir haben Ressourcen. Grünes Schild. Ein rotes Schild. Die königlichen Dienste sind verfügbar, sobald die Kirche wieder geöffnet ist. Ne gut. Äh. Lesen. Dieser Teil ist wegen Kultisten Aktivität gesperrt. Bei Fragen bitte den Inquisitor kontaktieren. Uh. Wir haben es auch mit Kultisten zu tun. Die können doch gleich auch in den Gra... äh. In... In eins der Gräber. So. Ist das meine Hobbit-Höhle hier? Ne. Das war ja die Leichenhalle. Sieht aber auch gemütlich aus. Nur von innen halt nicht. Naja. Gut. Gehen wir mal zum Wegmarker. Wegpunkt. Festmarker. Kombination. Wegmarker. Neue Wortschöpfung. Oh. Wer bist du denn? Auf Befehl des Großinquisitors ist dieser Weg bis... ...männlich versperrt. Männlichkeitssymbol im Schild. Keine Ahnung. Hexenhügel. Oh je. Gibt's auch Hexen. Boah. Schöne Getreidefelder. Kann ich die hier auch ernten. Das wäre cool. Ich glaube die sind aber nur Deko. So langsam gefällt mir der Artstyle. Er hat was. Er war nur am Anfang ein bisschen... ...bisschen anders als erwartet. Obwohl ich natürlich die Screenshots gesehen habe. Und wer bist du Kollege? Ich will deinen Hut. Bist du Monkey D. Luffy aus One Piece? Hm. Coolen Hut. Cooler Strohhut. Totes Pferd. Das ist doch ein schöner Name für eine Bar. Und da gibt's gleich so viele Plappermäuler. Erstmal mit dem Wirt reden. Willkommen im Toten Pferd. Ich bin Horatrick. Wie kann ich dir helfen? Ich komme vom Friedhof. Ich bin hier heute aufgewacht. Und seitdem ist alles irgendwie verrückt. Oh. Tut mir leid. Warum habe ich dich nicht gleich erkannt? Gut gut. Das ist gut. Wieso ist das gut? Das sind gute Aussichten für unser kleines Dorf. Wann öffnest du denn die Kirche? Ich muss zuerst den Friedhof in Ordnung bringen. Klar, klar. Ist schon ein Weilchen her, seitdem sich jemand darum gekümmert hat. Also komm mir zur Sache. Wie kann ich dir helfen? Äh. Frage, wie du nach Hause kommst. Ich glaube, das bringt nichts. Kannst du mir sagen, wo genau ich bin? Ich muss wirklich nach Hause. Meine Frau macht sich bestimmt schon Sorgen. Ja. Du bist im Toten Pferd. Okay. Es sieht mittelalterlich aus. Vielleicht bin ich ja durch die Zeit gereist. An welches Jahr haben wir? Ja? Äh. Wie meinst du das? Ein Jahr ist der Zeitraum, in dem sich die Erde einmal um die Sonne bewegt. Oh. Du hast also dem Astronomen bei seinem Unsinn zugehört? Äh. Alle wissen doch, dass die Erde flach ist. Ich verstehe. Es ist 200 nach der uralten Abmachung. Und 2010 nach... Auch egal. Und wie ist der Name dieses wunderbaren Königreichs? Das Königreich. Und hier in diesem Dorf ist es überhaupt nicht wunderbar. Also. Das Königreich. Und hier in diesem Dorf ist es überhaupt nicht wunderbar. Hast du noch eine andere Frage? Uuuuh. Ich würde gerne etwas frisches Fleisch verkaufen. Fleisch ist hier eine Delikatesse. Ich kaufe es gern. Ich muss nur das königliche Fleischsiegel drauf begutachten. Ach, das haben wir doch noch nicht. Vor vielen Jahren gab es einen Zwischenfall mit ungeeignetem Fleisch. Seitdem muss Fleisch vorher begutachtet werden. Oh je. Oh je. Und ich will wirklich keinen Ärger mit der Stadt. Also. Hat dein Fleisch das Siegel? Äh. Nein. Ich will nicht wissen, woher dieses Fleisch kommt. Aber Mann. Das sieht wirklich gut aus. Äh. Es kommt von der Leiche. Aber ohne das Siegel sind mir die Hände gebunden. Woher bekomme ich dieses Siegel? Oh, du kannst im königlichen Hof durch den Briefkasten nahe der Kirche ein Bittschreiben schicken. Na, das wird dich einiges kosten. Es gibt aber noch einen anderen Weg. Das verrate ich dir auch nur, weil wir Nachbarn sind. Komm näher. Ich bin so nah, wie es geht. Es gibt da diesen Typen namens Schlange. Ich glaube, er hat ein gefälschtes Siegel. Aber um ehrlich zu sein, habe ich ihn schon eine Weile nicht mehr gesehen. Du kannst Frau Anmut fragen. Sie ist jeden Frauenschild hier. Vielleicht kann sie dir helfen, Schlange zu finden. Dankeschön. Äh. Bestattungsurkunde. Der Bischof hat mir gesagt, dass du mir die Bestattungsurkunden abkaufst. Ja, das stimmt. Laut der uralten Abmachung muss ich dir als Leiter dieses Dorfs Geld für die Urkunden geben. Natürlich nur, wenn ich Geld habe. Was meinst du damit? Dem Dorf geht's nicht gut und uns ist das Geld ausgegangen. Oh, das geht mir auch immer so. Jeden Monat, mindestens zum 25. ist alles weg. Aber sobald du die Kirche wieder öffnest, werden Pilger viele glänzende Münzen in unser schönes Dorf bringen. Na gut, dann gehen wir mal. Aha, hier läuft ja gar nichts. Oh, Friedhofswärter, könntest du vielleicht unserem Schmied kreuzvoll diesen Brief übergeben? Natürlich. Wo finde ich ihn? Im Südosten des Dorfs. Na gut, neue Quest. Das gefällt mir sehr gut. Und hier will noch jemand reden. Du musst der neue Friedhofswärter sein. Ja? Das hat man mir zumindest so gesagt. Aber woher wusstest du das? Oh, wenn du so lange wie ich lebst, lernst du vermutlich auch, Leute so gut zu lesen. Aber wo bleiben meine guten Manieren? Ich bin Frau Kette. Die Frau von Horatrick. Freut mich, dich kennenzulernen. Ich habe ein paar Fragen über... Oh, rede lieber mit meinem Mann. Er hat hier das Sagen. Er ist nicht nur der Wirt hier, sondern auch der gewählte Vorstand des Dorfs. Außerdem redet er wirklich gern. Ich kann dir nur ein paar Rezeptel verkaufen. Na gut, die brauche ich wahrscheinlich noch nicht. Ich habe eh kein Geld. Und mein Alkohol kriege ich auch nicht für den Schädel. So, habe ich einen Questlog auf J nicht? Auf I sieht es gut aus. Wir haben zumindest eine Karte. Okay. Ja, ist das alles oder wird die auch noch größer, wenn wir in Gebiete aufdecken? Keine Ahnung. NPCs. Der Esel ist mir bis jetzt am sympathischsten. So, die Frage ist, was muss ich machen? Ich muss eigentlich in den Südosten zum Schmied. Aber es ist ein ganz eigentlich idyllisches Ort. Frische Eier. Die habe ich meistens nach dem Duschen auch. Äh, Handeln. Ich habe kein Geld. Okay. Das ist Pech für mich. So, die Frage ist, was muss ich denn jetzt eigentlich tun? Questmarker habe ich keinen. Es wird dunkel. Am nächsten Morgen muss ich auf jeden Fall... Oh, wir können angeln. Hier ist es eine Angelstelle. Du findest auch noch andere im Dorf, am Fluss, im Sumpf und am Meer. Okay. Dann haben wir wahrscheinlich noch mehr Karte, als es gerade den Anschein gemacht hat. Jetzt ist nur die Frage, also ich gehe jetzt nach Norden. Warum auch immer. Im Norden wird man dich ermorden. Deswegen weiß ich nicht, warum ich hier hinreise. Hm, ich rieche etwas Leckeres und Rauchiges. Dann schauen wir mal. Wenn du jemanden suchst, der dir die Hand liest, solltest du in die Stadt gehen. Das suche ich aber nicht. Dort versuchen alle verzweifelt genug Geld zu verdienen, um sich wenigstens ein trockenen Leib Brot kaufen zu können. Okay. Wieso will ich mir die Hand lesen lassen? Gut, wir können wahrscheinlich wieder weg vom Camp. Ja, ich muss sagen, das ist doch ein sympathisches Spiel. Gehen wir mal zurück ins Dorf. Hey, da ist jetzt Frauensymbol. Ich glaube, das sind die Tage. Äh, das sollte nicht so klingen. Das war unbeabsichtigt. Hier, das sind die Tage der Woche. Und ja, unbeabsichtigt. Entschuldigung. So, ist das der Schmied? Das sieht nicht aus wie ein Schmied. Das sieht jemand, der seine große Vase verloren hat. Dieser Typ muss verrückt sein. Denkst du, dass ich verrückt bin? Nein, sowas würde ich doch niemals denken. Ich versuche nur optimistisch zu bleiben. Und ich weiß, worauf es wirklich ankommt. Worauf denn? Hä? Glaubst du, dass er das verstehen würde? Nein, Digo, das würde er nicht. Er kann das nicht sehen. Okay, dann sage ich ihm einfach irgendwas anderes. Innerer Frieden, meine Gewürze und Süßigkeiten. Darauf kommt es an. Süß wie Honig. Bring mir Honig und ich bring dir bei, wie mein Kuchen backt. Kuchen ist klasse. Ja, ich weiß, deswegen bin ich so fett. Nicht exklusiv durch Kuchen, aber... Hat eine Teilschuld gespielt? Das war definitiv nicht der Schmied. Und ich komme doch ohne Questmarker nicht klar. Steuerung. Charakter I, Karte M. Ja, vielleicht hilft die Karte dann mehr. Karte. Schmied, Schmied, Questmarker, Weizenfarben. Müssen wir eigentlich auch mal wieder zurück nach Hause. Kann sein, dass das hier der Schmied ist, da unten. Wenn man denn hinkommt. Uh, was konnte ich hier machen? Bäume fällen. Warum denn auch nicht? Die Frage ist, wie kriege ich mehr Energie? Wahrscheinlich durch Schlafen in meiner Hütte. Was hat sich denn hier versteckt? Ist das eine Brennerei? Keine Ahnung. Kann ich was ausbuddeln? Mach ich doch mal. Ah, noch Holzstöckchen. So, der Honigtyp kriegt irgendwann seinen Honig. Hoffentlich. Glaubst du, sonst würde er uns umbringen. So, dann hätte ich gesagt, hier unten ist irgendwo Schmied. Ja, das sieht richtig aus. Hey, was darfst du so? Ach nichts, ich habe mich nur umgeschaut. Ich glaube, ich bin der Friedhofswärter hier. Darf ich fragen, wer du bist? Leider bin ich der Spied. Mein Name ist Kretzwold. Krätzlicher Name. Äh, gib ihm den Brief. Uh, da freut er sich. Ich habe einen Brief von Horradrick für dich. Ein Brief? Na klar. Da wohne ich eine Minute weit weg und er schafft es nicht mal, hier persönlich vorbeizukommen. Hä, alte Angewohnheiten sind schwer loszuwerden. Danke. Tut mir leid, dass ich so unhöflich war. Ist wohl eine neue Angewohnheit. Hm, schon wieder Schleime. Horradrick bittet mich, sie loszuwerden. Ich habe keine Zeit, um mich diesen nervigen kleinen Mistviechern zuzuwenden. Vielleicht kannst du mir ja weiterhelfen. Nimm dieses rostige Schwert und einen Energietrank. Das Schwert ist zerbrochen, aber du kannst es mit einem Schleifstein an der Schleifmaschine hinter mir reparieren. Wir halten den Schleifstein. Vielleicht kannst du den später gebrauchen, um deine Schaufeln zu reparieren. Wenn du es schaffst, sie zu töten, bring mir die Überreste. Da sind dann auch ein paar Materialien für dich drin. Sie sollten an der anderen Seite meines Hauses sein. Bei den Pfützen. Uh, das kriegt man hin. Aha. Schlafen stellt Gesundheit und Energie wieder her. Das dachte ich mir. Gehen. Das Schwert anfertigen und arbeiten. Also ich finde, das Spiel hat was. Ja, damit. So, wie wähle ich das Schwert aus? Kann ich das irgendwie unten reinziehen? Ist schon unten irgendwie ausgerüstet. Ich dachte, da hätte ich irgendwie schnell Zugriff. Auf der anderen Seite dieses Hauses. Da sind sie ja. Jo. Ich hätte lesen sollen, wie man ein Schwert ausrüstet. Inventar. Kann doch nicht so kompliziert sein. Nicht ablegen, anlegen. Ich will es mit dem Schwert... Hallo? 1, 2, 3, klappt nicht. Oh, ein Maulwurf ist hier. Ist ja putzig. Ah, mit Space. Das war die letzte Taste, die ich mir noch erhofft habe. Space ist Angriff. Etwas komisch, aber warum nicht? Und wir haben fast keine Energie mehr. Und ich glaube, wir kriegen eine neue Leiche. Die durfte man nicht rumliegen lassen. Äh, frag ihn nach dem Metall-Erz. Weißt du, ich arbeite selbst auch gern mit Metall. Wo kann ich etwas Erz finden? Du findest Erz im Sumpfboden. Im Westen gibt es einen riesigen Sumpf, nach dem du den Fluss überquert hast. Das klingt gut. Ich habe da immer Erz gesammelt, bevor die Brücke eingestürzt ist. Okay, Blaupause Ofen, herstellen Eisenbahnen und Sumpfeisen. Wunderbar. Die Schleime habe ich auch besiegt. Da freut er sich. Gut gemacht. Nimm diesen Schleifstein. Damit kannst du deine kaputten Werkzeuge schleifen und sie sind bald schon so gut wie neu. Und wir können grüner Wackelpudding und roten Wackelpudding herstellen. Ich will nicht wissen, wie viel Schleime wir dafür brauchen. Na gut, dann ab nach Hause und dann müssen wir eine Leiche erstmal hier schön von ihrem unnötigen und leckeren Fleisch befreien. Ja. Wirk und dann. Boah, dann müssen wir mal sehen, wo man Siegel herbekommt. Und das Fleisch, was ich gerade in meiner Gefängnisbrieftasche habe, fault mir wahrscheinlich unterm Hintern im wortwörtlichen Sinne weg. Da müssen wir uns das mal anschauen. Oh, jetzt ist es fast Mittag. Das heißt, die volle Mittagssonne und der Regen natürlich. Ich glaube, es regnet zumindest gerade relativ stark. Äh, sind nicht gut für das Wohlbefinden meiner Leiche. Komm mal her. Bin doch da. Wo warst du? Ich war im Dorf. Dieser Ort ist sonderbar. Er fühlt sich so echt an. Niemand hat ein Problem damit, dass ich hier einfach so aufgetaucht bin. Sart, du liest meine Gedanken. Gedanken lesen. Ich erinnere mich daran, dass in deiner Hütte ein Keller ist. Da sind bestimmt ein paar Vorräte. Uh, wunderbar. Weizen, genau. Ich kann mich erinnern, wie ich Brot daraus gebacken habe. Und Törtchen. Hm, leckere Beerentörtchen. Toast. Uh. Toast. Zwiebeltoast. Das passt richtig gut zu Bier. Sart, weißt du was? Ich brauche jetzt ein Bier. Das fühlt sich langsam an wie eine einseitige Beziehung. Bring mir Bier und ich verrate dir eine Menge wichtiges Zeug. Und wie du nach Hause kommen kannst. Fragen? Äh, wie komme ich nach Hause? Ja, kannst du mir sagen? Das war eine rhetorische Frage. Sehe ich etwa aus wie ein magischer fliegender Schädel, der Antworten hat? Äh, zumindest das erste passt. Also genau genommen. Sart, du Klugscheißer. Ich warte bei mir zu Hause auf das Bier. Kein Bier, keine Antworten. Was für ein Arsch. Eselchen, wo bist du denn? Ich dachte, ich kriege hier was Neues. So, die 30 Minuten Mark ist beinahe erreicht. Dann wird es wohl Zeit für ein kleines Fazit. Also ich bin im Moment richtig angetan vom Spiel. Der Artstyle hat mich am Anfang etwas enttäuscht. Mittlerweile habe ich mich aber mehr als dran gewöhnt. Und finde ihn sogar ziemlich gut. Es ist komisch, wie das manchmal ist, dass man ein bisschen Zeit braucht, um sich wirklich dran zu gewöhnen. Das Gameplay ist bis jetzt auch klasse. Gefühlt steckt hier auch sehr viel Content im Spiel. Und man hat auch wirklich den Eindruck, dass die Entwickler sehr viel Liebe und Herzblut ins Spiel gesteckt haben. Viele Spiele haben ja das Problem, dass sie ziemlich seelenlos wirken. Und dieses Spiel hat das Problem definitiv nicht. Zumindest bis jetzt nicht. Was haltet ihr denn vom Spiel? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und schreibt natürlich auch gerne, welche Spiele ich als nächstes vorstellen soll. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.